Wir feiern die 45. Saison von Allegro Vivo mit einem besonderen Jubiläumsprogramm. 50 Konzerte an 25 historischen Spielstätten und wir haben ein besonderes Leitthema, das diesen Wandel symbolisiert, der mit Allegro Vivo in dieser gesamten Region passiert ist. Metamorphosen. Ich freue mich auf viele wunderbare Künstlerkolleginnen und Kollegen, die ins Weltviertel kommen werden und gemeinsam werden wir es wieder in ein Musikviertel verwandeln. Seien Sie uns herzlich willkommen.